Hallo liebe Freunde von Robert Franz, hier ist die Vera Wagner. Ich wollte euch heute mal mitteilen, dass ich ein Buch über Ernährung geschrieben habe, das es auch im Shop vom Robert zu kaufen gibt. Ist richtig oder stirbt, das ist natürlich auch ein Thema vom Robert, sonst würde er nicht Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, weil er ganz genau weiß, dass wir aus den heutigen modernen Lebensmitteln oft nicht mehr genug bekommen, was wir eigentlich bräuchten, was wichtig ist, Vitamine, Mineralien, Nährstoffe. Es kommt bei einem Apfel auch immer an, natürlich darauf, wie er angebaut wurde, wo er angebaut wurde, wie lange er gelagert wurde, also ein Apfel ist auch nicht immer der gleiche Apfel. Es ist alles schwierig geworden, es ist auch sehr schwierig geworden, überhaupt noch durchzublicken bei all diesen Illusionen, die uns tagtäglich aufgetischt werden, und Schweinereien, ich sage nur Fleischbranche, billig und Massenfleisch. Beim Thema Ei hat man uns eine Lüge aufgetischt, jahrzehntelang. Ihr kennt das alles sicher, böses, böses Cholesterin, geht gar nicht. Esst bloß nicht so viele Eier. Heute wissen wir längst, dass das mit dem Cholesterin überhaupt kein Problem ist. Das war ein geschickter Kuh der Zuckerindustrie, die praktisch das Thema auf Fett umgelenkt hat, und so sind dann ganz viele Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben, nicht durch Eier, sondern durch Zucker. Also, uns wird einiges aufgetischt. In diesem Buch schreibe ich über die Mythen, die Lügen, auch darüber, wie gewisse Medien uns manchmal in die Irre führen, da kann man sich auch manchmal wundern. Es gibt eine Reportage oder gab im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die ich sehr problematisch finde, weil da einige Dinge erzählt wurden, die ich so wirklich nicht nachvollziehen kann. Nehmen wir das Thema Vitamin C. Also, erstes Mal wurde erzählt, alles Obst und Gemüse, das wir kaufen, also egal anscheinend, wo es angebaut wird, kann uns optimal versorgen mit Nährstoffen und Vitaminen. Das kann ich nicht wirklich bestätigen. Dann wird uns erzählt, in diesem Film, der wie so eine Verkehrserziehung aufgebaut ist, wenn Sie Ihren täglichen Vitamin C-Bedarf von 20 Milligramm decken wollen, dann können Sie das mit zwei Portionen Pommes tun. Zwei Portionen Pommes pro Tag? Was ist denn das für eine Empfehlung? Kann ich nicht nachvollziehen. Erstes Mal wissen wir, dass Pommes wirklich zu den Ungesündesten überhaupt gehören. Wenn man die isst, dann sind Transfette entstanden durch das Frittieren, AGEs, ALEs, das sind alles Sachen, die einen krank machen und hässlich und falten und auch das Leben massiv verkürzen. Was ich sehr erfreulich finde, ist, dass jetzt ein Shitstorm losgebrochen ist wegen dieser Reportage, weil es offensichtlich doch Menschen gibt, die allmählich ein Bewusstsein entwickelt haben dafür, dass nicht alles, was uns irgendwie verkauft wird, auch wirklich so gut ist, wie man es darstellt. Also ihr findet in diesem Buch erstmal, womit man uns irgendwie hinters Licht führt, die Schweinereien, sag ich mal, die Illusion, die uns verkauft wird über Lebensmittel. Und deswegen empfehle ich euch ganz dringend, lasst euch auf keinen Fall verkack eiern. Das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute.